der dax weiterhin nicht so schlecht mit dabei wird manche einer jetzt sagen wieso geht doch runter hier jetzt der dax index mal im überblick aber die art und weise wie er bisher runter geht finde ich gar nicht so schlecht ehrlich gesagt das ist noch alles ganz in ordnung ich hatte gestern mal eine zeichnung angegeben nämlich dass wir ja hier vorne eigentlich eine deutliche aufwärtsbewegung eine korrektur nach unten zack und wenn wir hier noch mal eine korrektur bekommen dass wir dann doch mal irgendwie was nach oben bekommen und das wäre solange wir hier keinen überlappungskonflikt haben ihr wisst ja dass die marktteilnehmer schwäche zeigen wenn die marktbewegung sehr häufig kursüberschneidung mit sich bringt je mehr desto doofer das ist nicht immer so einheitlich zu erkennen hier zum beispiel kann man auch sagen naja aber es war auch nachher ist doch nach unten gegangen das stimmt schon also das alleine ist nicht unbedingt kriterien ob die bewegung nicht noch weiter gehen kann aber es ist zumindest mal eine etwas verschlechterung der situation und dann muss es schon wirklich sehr deutlich korrektiv sein um das ganze dann eben zu sagen okay das ist zwar nicht optimal aber das war ja noch doofer so und so ähnlich wird das hier möglicherweise sein die letzte aufwärtsbewegung war doch sehr stark und das was wir hier bisher haben ich mache das mal eine stufe größer dann kann man das vielleicht besser nachvollziehen ist zumindest mal bisher ganz klar abc zu sehen und abc ist ja die andere form entweder sehr wackelig hin und her habe jetzt nicht ganz passend gezeichnet aber ihr seht schon was ich meine oder eben dreiwellig abc das ist durchaus das typische als verhaltensmuster vielleicht geht sogar noch mal einmal tiefer denn was wir bisher hatten ist auch nur dreiwellig nach oben also im moment der markt klar eine abwärtsbewegung ich muss allerdings sagen dass auch die abwärtsbewegung zumal sie schwächer ist als die aufwärtsbewegung ja korrektiv aussieht das heißt ich sehe ganz gute chancen dass es dann irgendwann doch noch mal hier den weg nach oben dann eben schafft also dass der markt da noch nicht gänzlich verloren ist das beim future nicht groß anders also ihr seht das verhalten ist hier vielleicht ein bisschen steiler das macht es dann nicht so einfach trotz alledem die chance für die aufwärtsrichtung ist nach wie vor gegeben vielleicht nicht so sehr auf future seite aber auf der aktien seite ist es zumindest mal noch da ja aber wird der markt sich gegen den dax entschuldigung gegen den dao also dem amerikanischen markt durchsetzen können das ist ja die alles entscheidende frage wenn interessiert der dax der kann ja eh nix alleine denken zumindest mal viele ja gucken wir nach amerika das ist der dow jones und wir sind ja noch wieder ein gutes stück naja jetzt hier ganz jung wieder in den letzten stunden runtergekommen und das macht zumindest aktuell noch nicht so richtig spaß hier irgendwie einen handel da drauf zu machen also aus meiner sicht ist das bild hier mit der korrektur noch längst nicht rum ich gehe also davon aus wir haben die besseren chancen dafür werde ich häufig kritisiert und ich finde kritik durchaus sinnvoll und angebracht nämlich mit dem hintergedanken ja aber kann man das wirklich so gut ablesen daran was jetzt als nächstes passiert nee es ist nicht mehr als eine einschätzung der situation und diese bewegung die wir hier haben ist eben keine stärke das heißt das hier wird sich nicht durchsetzen zumindest haben die marktteilnehmer sich nicht so verhalten aktuell als die starke richtung im gegenteil ich würde sogar sagen das ist die letzte starke die wir hatten abc in diese richtung und dann könnt ihr euch ausmalen wenn wir durch dieses zwischenhoch könnt ihr das mal benennen ihr wollt das können wir benennen das machen wir sogar groß ich mache es noch mal hier so einerseits diese abwärtsbewegung die wir hier hatten aber der fokus der lag jetzt auf dieser abwärtsbewegung hier und die verglichen mit dieser aufwärtsbewegung das tief was wir hatten am 8 märz abends war das meines wissens hier ich gucke noch mal nach 8 märz abends hier 20 uhr beim future beim märz kontrakt für diejenigen die das direkt am future mitverfolgen war das tief bei 32.492 wenn wir dieses 8 märz 8 uhr abends tief durchstoßen ja dann wird nicht nur diese marke fällig da wird nicht nur sondern auch mindestens diese marke fällig und vielleicht sogar können wir davon ausgehen dass sich das in der form noch mal fortsetzt das ist natürlich im moment noch nicht so sicher aber zumindest mal vorläufig die abwärtsrichtung also vorher gehe ich nicht davon aus dass wir echte stärke sehen wenn wir und das ist ganz wichtig das vergessen immer viele wenn ich da so eine ansage mache guckt mal hier ein preis das könnte so um die 32.000 kann auch bei 31.700 liegen dann versucht man dann ah dann gehe ich doch jetzt schon short hat er ja gesagt nee die aussage ist die wenn die gegenbewegung das ist diese hier beendet ist wann ist die beendet vielleicht ist sie mit diesem hoch beendet aber einen typischen hinweisgeber haben wir eben durch diese zwischendiefs deshalb ist das für mich immer noch ganz wichtig wer jetzt sagt ist das ein guter trade der kann das ja nur als eine indikation nehmen und dann sagen okay im vier stunden chart haben wir jetzt eine marke durchstoßen die auf einmal irgendwas hier recht typisch werden vielleicht sogar noch tiefer aber das ist jetzt erstmal nicht gesagt irgendwie sowas in diesem bereich vielleicht kann ich jetzt dann auf eine stufe kleiner gehen zum beispiel im 15 minuten chart vielleicht im fünf minuten chart um dort irgendwas zu handeln das eben klassisch ich gehe jetzt mal bewusst auf ganz kurze zeitebene dass uns eben eine starke bewegungsrichtung gibt eine vielleicht a b c gegenbewegung wenn das getriggert wird dann eben dann in irgendeiner form noch mal die fortsetzung dieser bewegungsrichtung das heißt ihr könnt dann genau dieses verhaltensmuster auch auf der kleinen ebene noch mal suchen und sagen okay das muss jetzt nicht minute sein das jetzt nur ein beispiel weil ich es hier jetzt gerade gesehen habe das übrigens auch eine geschichte viele denken dass der chart zu jeder zeit immer eine ganz klare aussage liefert was als nächstes passiert das ist leider nicht so ich habe ganz viele zeiten zum beispiel hier mittendrin irgendwo wo ich habe keine ahnung gut da war es jetzt gar nicht so schlimm weil auch hier hatten wir schubbewegung runter wackelige aufwärtsbewegung und dann eben noch mal die fortsetzung der das geht übrigens umgekehrt auch schubbewegung hoch wackelig runter und dann noch mal die fortsetzung der bewegung aber manchmal ist es so dass man es nicht so klar erkennt hier zum beispiel hatten wir starke abwärtsbewegung aber ist das eine korrektur also da muss ich sagen ist meine bereitschaft zu shorten viel kleiner als jetzt hier zum beispiel an den stellen wo das relativ deutlich zu sehen ist deshalb lasst euch dann nicht einlullen im sinne davon das muss aber immer so sein und wenn es nicht immer so ist klappt es nicht sondern nehmt die gelegenheiten war die das bild eben auch so zeigen und dann könnt ihr sagen okay dann mache ich damit viele schreiben dann immer ja es ist alles so unkonkret so wischi waschi ja das problem ist es müsste genau zu diesem zeitpunkt jetzt im minuten chart eine situation sein dann kann ich euch ganz konkret meine einstiegs und ausstiegs orders sagen wer interesse an sowas hat der ist natürlich mit dem trade des tages bei finanzmarkt welt zumindest mal gelegentlich oder ganz regelmäßig bei born for trading wo wir täglich mehrere trading ideen dann veröffentlichen also im vorfeld mit den konkreten marken besser aufgehoben es ist halt schwer das video genau dann zu machen wenn möglichst alle märkte sagen genau jetzt ist der richtige zeitpunkt das ist dann so eine sache und ihr könnt euch ausmalen wenn ich euch das rechtzeitig ankündige bis das video durch ist bis ihr seht ist der kurs ja längst hier unten also im minuten chart werde ich es euch nicht ansagen können und im großen chart habt ihr es jetzt gesehen an welcher stelle das ist und dann könnt ihr im zweifelsfall fine tuning auf den kleineren zeitebenen selber fortführen so ist es halt wenn man selber handeln will muss man auch selber die entscheidung fällen oder man sagt dann halt ne ich gebe das geld in vertrauensvolle hände und dann soll der das dann halt machen oder die wer das auch immer sein mag also insofern wer selber traden will der muss natürlich diese entscheidung selber fällen beziehungsweise die situation selber sehen eine aufgabe sehe ich da mehr drin um zu zeigen wo das ganze ist damit man ein bisschen das auge auch schult auf diese situation und sagt ja okay jetzt wurde es gezeigt hast sehe ich es auch ja das ist ja in ordnung aber das so nebenher beim s&p 500 hier es als future ist es natürlich genauso gleiches tief bitte guckt gegebenenfalls wenn ihr bei einem cfd broker seid an welchen stellen ihr da unterwegs seid es gibt ja da teilweise abweichungen manch ein broker hat nicht die gleichen werte was der future markt hat deshalb fällt es mir dann schwer allgemeingültig zu sagen bei der und der ziffer dann sagt ihr ja bei mir ist der kurs ganz woanders weil der broker ganz andere zahlen als basis eben hat aber das ist das standardprodukt sozusagen zumindest mal für die institutionellen händler die greifen da gerne auf den future zu gucken noch mal auf den nasdaq da ist das bild grundsätzlich genauso nur da ist seht ihr dieses zwischentief sehr sehr viel niedriger das ist dann kaum noch lohnenswert das heißt ich würde im moment was das angeht sowas wie den dow jones und den s&p eher bevorzugen denn da war das bild etwas besser was die crv ist die chance risiko verhältnisse angeht und dementsprechend dann auch leichter umsetzbar hier an der stelle die idee ist die gleiche wenn er dadurch geht dann wird er das durchstoßen und das durchstoßen aber ihr seht schon dann ist ja mein potenzial ziemlich limitiert und mein risiko möglicherweise ganz schön groß es sei denn ich finde wieder ein pendant dazu im fünf minuten oder im ein minuten oder im 15 minuten chart also auf einer ebene kleiner als das hier der fall ist ihr seht also aktuell ist der markt noch nicht auf der bullischen seite ihr habt aber auch schon gesehen dass was ich hier angedeutet habe dass er in diese kiste hier irgendwo rein läuft danach hat er ja die chance wieder zu drehen ob aus der chance auch realität wird werden wir sehen aber realistisch ist es und die übergeordneten die werden sagen an der 38 20 fibonacci marke dreht der kurs ja sowieso mal ganz gerne also wenn er da noch mal hinfällt die marke liegt beim future bei 12.894 beispielsweise einfach hier vom coronativ bis zum höchsten punkt gemessen das sind so grob orientierungs marken bitte nicht sagen dass diese marke heilig ist und genau bei so vielen punkten dreht er um aber ist eine orientierung viele markt teilnehmer orientieren sich daran auch gerade institutionelle und sagen da muss ich jetzt nicht unbedingt short gehen an der stelle und wenn die verkäufer den markt verlassen dann ist die chance dass der kurs dann dreht relativ groß ob es wirklich korrektiv ist wie es hier angezeichnet habe das weiß ich auch noch nicht es wäre aber typisch da dieses bild doch sehr sehr dynamisch nach unten geht fände ich eigentlich etwas wackeliges oder von mir aus auch sehr gerne abc mäßiges nach nach oben hervorragend vielleicht das was wir beim dax aktuell schon sehen also der markt ist ja ordentlich runter gekommen ich hatte das 8000er video gebracht haben einige schon gesagt ja siehst du jetzt geht der kurs hoch ja klar damit müsst ihr rechnen dass innerhalb einer abwärtsbewegung auch mal gegenbewegungen kommen das haben wir nach oben genauso hier und das gibt es nach unten hier zum beispiel sehe ich noch so ein knubbel oder guckt auf klein anderen zeitebenen dann seht ihr das natürlich genauso dass auch hier in dieser abwärtsbewegung noch mal eine gegenbewegung das ist ja nichts überraschendes sollte euch also nicht wirklich aus dem konzept werfen wenn eine starke abwärtsbewegung seht dass da mal eine unterbrechung ist selbst wenn die bis zur hälfte wieder hoch geht kann es danach trotzdem weiter runter gehen das ist ja kein argument dass das die völlig falsche richtung sein muss so mit diesen gedanken lasse ich euch jetzt alleine in der hoffnung dass ihr wenigstens ein bisschen was rausnehmen könnt und ihr da was mit anfangen könnt euch jetzt erstmal alles gute und ganz liebe grüße